jo leute ihr seht tatsächlich richtig es geht endlich wieder weiter mit far cry new dawn wir haben uns wieder zusammen getroffen und aufgeschlossen und haben ja wir kommen gar nicht rein wir können die hauptmission genau das war die erste mission davon eine ungläubige ist eine sünderin eine ungläubige weiß nichts über unser leben eine ungläubige hat unsere heilige flamme wiederentzündet wir brauchen joseph er befreit uns von der sünde der vater erteilt der sünderin absolution schickt die sünderin nach morgen familie von new eden ihr habt in eure herzen geschaut und glaubt wirklich dass diese sünderin unseren vater suchen soll ja ganz genau der vater ist den sündern gnädig schließlich sind wir alle seine kinder der vater führt uns in diesem moment der sünderin wird gestattet nach norden zu pilgern sie wird den vater zurückbringen so kannst du die grenze übertreten ohne zu sterben bringen wir einen beweis für seinen tod dann verstehen sie endlich dass ich ihr prophet bin und du bekommst deine hilfe wir kriegen beide was wir wollen wir zeigen dir den weg du hast fach war 4 auch gespielt ne ist ja nämlich gerade so ein bisschen an yogi und reggie die war ein freak ja die zwei freaks da ja die habe ich konstant fast durch für noch eine mission von aber wir können jetzt tatsächlich endlich in den norden sprich mit isen ich hoffe du bist bereit sofort aufzubrechen das ritual verlangen dass du auf dem weg dorthin signalfeuer entzündet ich bezweifle dass der alte mann noch lebt und sie sehen kann aber wenn du die feuer nicht entzündet wird das ist ein sicherer tod sein nicht nur mit dem da auch noch sprechen kann der norden dich immer noch gerade kurz ich bin allerdings in der katze mit dem isen und das feuer können dich schnell und sicher dorthin entferne dich nur von ihnen wenn es unbedingt nötig ist benutze den bogen und entzünde die signalfeuer mit brandpfeilen bring mir bist du mir drohen du hast mich gerade komplett dass der katzen rausgebracht der man auf den gezielt hast aber kurz ich müsste da mal sprechen okay ich stelle mich mal weg für den tod meines vaters und ich sorge dafür dass du als freund des propheten in erinnerung bleibt weil du genau auf den gezielt hat gerade hat er gesagt willst du mir drohen dabei habe ich nicht mal direkt auf ihn gezielt lustig naja dann fahr mal genau damit auch ein bisschen was tun ganz reise nach nord und wir können jetzt das erste mal nach nord also ja willkommen zurück zu fach bei new dawn wir starten heute durch ja nicht immer mit den missionen wir haben uns wieder gebraucht nach langer langer zeit was ja fast vier monate jetzt fünf monate knapp kann ja und jetzt treffen wir uns endlich wieder und ziel hoffentlich die story durch so nach geht es auf jeden fall weiter mit fach 4 oder danach weiter und vor allem kommt dann nachher noch hat das ding noch einen turbo boost oder micro für was wo wer wann das boot oder das ja keine ahnung ich kann ja ich habe jetzt im winter voll kröder brauchgranate monotow cocktail dynamit ohrbombe ich habe keine brandpfeiler oder falsch hast du noch genug erste hilfe dinge du kannst auf l1 drücken und dann kannst du beim steuerkreuz die durch durchgehen ja also von den sachen habe ich auf jeden fall genutzt um einsam und sieben erste hilfe packs habe ich wollt ihr willst du mich ja haben ich kann nach nachbauen hier komm her komm her komm her ich gebe den macht ihr dann da voll aber ich glaube meins ist voll mit die sieben ich habe elf ich bin jetzt bei dir hinter dir aber ich wollte der eigentlich wollte der eigentlich nicht schlimm mit ihm kann man ja ich würde mich dass ich jetzt gerade ich würde mich dass ich jetzt kein links gehen kann das ist doch ich habe eigentlich mehr als genug noch ich kann doch über 100 stück bauen naja egal ich dachte wir müssen gerade aus weiter glaube ich reise nach norden oder ja ja das habe ich auch angezeigt bekommen ich habe keinen wegpunkt deswegen bin ich gerade auch ein bisschen irritiert oder kurz nach darüber ja okay wunderbar da müssen wir lang ach da hinten ist der wegpunkt ok dann können wir tatsächlich auch bald das letzte foto holen weil hier ist nämlich noch ein foto versteckt kannst du dich schwimmen dann fahren wir wieder mit dem boot ja ich bin froh dass es wieder geklappt dass wir jetzt wieder zusammenspiel ich will ich habe das spiel ja schon einmal versucht durchzuspielen habe es dann damals haben wir abgebrochen ich bin da weil er sich dann noch mal nicht mehr gemeldet hat und jetzt habe ich die hankt dass das mit dir genauso passiert dass ich das game nicht durchspielen kann und ich will es einfach gerne durchspielen gerade weil ich dann ich weiß nicht ob 1 und 2 war ist glaube ich leider nicht verfügbar für die ps4 bzw schreckstisch ps5 hätte ich gerne noch hätte ich auch noch gerne gemacht dann habe ich die ganze reihe durch gehabt feuer schützt sich vor dem blitz zünder signalfeuer also ich habe man fall hier ausgerüstet kann man steht bitte sollte eigentlich ja ok weiter südliches tor von den wir müssen wahrscheinlich kann ich ja wie raus ich guck mal gerade ja ja ich bin da mehr oder weniger schon auf der idee im suchgebiet hier sind irgendwelche sachen ich habe nichts damit zu tun oder ich kriege noch nicht ganz kann man das kabel wie durch zu abhandeln wir waren mal weiter 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 ich habe eine idee ich stehe hier oder weniger schon dann ist das wieder auslöser dass wir was mit zu tun ich stehe im suchgebiet aber gerade doch ein bisschen ach warte mal ich habe was ja ja ich habe alles gut so muss jetzt aufgehen eigentlich hier ist nämlich ein wasserrad was ich ja in gang setzen musste dann könnt ihr das hat sie dadurch so jetzt muss ich nur wieder einsammeln wobei josef ja nicht tot ist nach fach bei fünf der ist ja entkommen ja ich glaube ich habe den Fünferteil den habe ich nicht durchgespielt ach du schritte sind dadurch fach bei fünf habe ich habe ich durchgespielt warte mal ist hier unten an der digitalen Fackel weil ich gerade Schaden kriege ja da gerade oben rechts von dir ich sehe nichts warte da oben am Berg ach da ganz oben ach wie soll ich da rankommen ne ich fahre ihn hier ja so getroffen ok aber leben regeneriert sich ja gerade schon wieder ich muss zugeben dass ich gerade gar nichts sehe nicht ehrlich gesagt aber auch nicht ok ich fahre mal weiter fahre mal weiter ja da oben ja da vorne mhm ne grönt n jub ich schätze meine Tage nee weiter weg ist gerade sehr ich habe immer noch die gleiche okay wieder schaden jetzt muss ich glaube ich wieder gleich wir können wir wieder jetzt können wir wieder dinge einsam jetzt müssen wir wieder tore ich kriege keinen schaden der gibt sich zum tor von ihnen ich hoffe dass wir jetzt wieder da geht es jetzt automatisch auf gibt es nicht also muss ich wahrscheinlich oder gut ich muss gerade möglichkeit habe ich wieder raus kann ja ja warte mal hier ist ein kletterhaken das ist wie bei fahrt bei der war bei fahrt 4 ich habe hier vor die höhlen hunde was sind das wort ich muss jetzt mal gerade die fischer da ist wieder aus ok ich weiß nicht ob du gerade nicht wegen dem moment das signal feiert das ist richtig so ich habe gerade die mission auch war jetzt mal die pilen reinschmeißen ich habe gar keinen anhaltspunkt wo ich gerade hin muss also das tor müsste eigentlich auf sein ist es nicht ist hier noch ein zweites irgendwo ich sehe nämlich gerade gar nichts jetzt sollte jetzt wird aufgehören das ding wurde blockiert das ich habe zuerst auch genug ding zum zum nachfüllen ja ja gut ich habe nämlich wie gesagt noch gar keine meldung die dinger die kann man nicht anzünden soweit ich das jetzt sehe links ist es nicht gibt es ja du kennst hier die 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 Okay, ich kann die Karte gerade nicht aufrufen. Wie nehme ich das Erste-Hilfe-Kit-Geschwinn nochmal? Ja. Ich bin vielleicht tot, wenn ich nicht weiß, wie ich das Erste-Hilfe-Kit habe. Ja, wir haben noch fast 500 Meter zu dem. Ja, nicht gesteckt. Wir haben fast noch 500 Meter zu dem Schild. Ich bleibe zu dem Signalfeuer. Das würde ich noch mehr als genug haben. Oh, da oben ist so etwas. Ah, schau, da ist das Foto. Ja. Fahr erst mal weiter. Das können wir immer noch machen, wenn wir die Mission fertig gemacht haben. Gerade weil wir jetzt Schaden nehmen. Sonst würde ich sagen auch scheiß drauf. Aber wir nehmen jetzt Schaden gerade und da will ich eigentlich mehr oder weniger... Weiter kann ich jetzt hier nicht mehr fahren. Ja, wir müssen wahrscheinlich da hoch irgendwo. So, das komische Siegbralfeuer. Ach, hier geht's weiter. Okay. Okay. Äh, ich verrasse mich jetzt nur ins Gebiet. Ich spiele dieakan schon. Ich spiele mich jetzt. Wie ist es? Ich spiele mich jetzt hier. Das ist so schön. Tja. Das ist so schön. Ja, ich gar nicht. So. Oh, nein. Ach, ich bin mir das. Ich bin, ich habe mich für's favorite. Ich habe mich jetzt hier gemacht. Und haben wir da irgendetwas verpasst? Ne, aber da ist ja der Weg Du bist runtergefallen, oder was? Ja Oh nein Ich hab's gerade noch geschafft Gut Oh, ich bin weiter Das hier ist die Grenze, aber ich weiß keine Ahnung, wo ich das... Oh, das Signalfall, jetzt müssen wir zurück zum Boot, haben wir irgendwas über 10? Wie furchtig, dass wir das... Ne, wir... Wie können die denn nur? Haben die nur da lang gehen können? Ja Ah, doch, Hammer Huh? Okay Ah Ich krieg aber immer noch Schaden Ne, das ist das nicht Das geht ja aus wieder Ja, aber das kann nur das sein Ne, eben nicht Ich befürchte, dass wir rückwärtig was übersehen haben Dass wir quasi mein Weniger nochmal zurück müssen Das ist ja nicht angezeigt worden Naja, eigentlich nicht Gut, dass ich noch mehr als genug Dinger hab Zum... äh... zum... zum... zum Auffüllen Da geht ja weg mehr oder weniger Du bist ja... fahr jetzt rückwärts Ja klar, aber gut Vielleicht da diese Dinger, aber die kann man ja nicht anzünden Eben, das hab ich ja eben versucht schon Aber vielleicht da irgendwas, dass wir da was übersehen haben Bei dem Teil da da Aber warum steht das da? Wir sind jetzt wieder 400 Meter weg von dem Ding Wir fahren drauf zu, auf jeden Fall Das heißt, wir haben rückwärtig was übersehen 290 Meter 290 Meter 1.30 Meter später Das muss also wenn weniger hier an der Brücke sein irgendwo Aber das Tor ist zu Okay, das muss in die Richtung sein Warte mal kurz Wir müssen da raus, wir müssen da hoch wieder auf die Brücke zurück Hier? Naja, wir müssen auf die andere Seite Das ist hier auf der gegenüberliegenden Seite irgendwo Ja, aber wie soll man da rauskommen? Ja, ich werde auch nicht auf der Seite Oder hier hoch Ja, aber wie soll man da rauskommen? Ja, ich werde auch nicht auf der Seite Ja, ich werde auch nicht auf der Seite Oder hier hoch Ja Okay Und dann? Ah, ich sehe es Ah, gut Sag ja, wir haben irgendwas übersehen Ah, siehst du? Und jetzt öffne das Tor Fahre mit dem Boot Okay, gut Dann kommen wir vielleicht auch weiter Boah Ich habe es einfach nicht Weil es nicht angezeigt wurde Ja, mach dir nichts Jo Nach Rücken So, jetzt Gott sei Dank So, und jetzt reise weiter nach Norden Also ich Äh Ich kriege schon wieder Schaden Ach ne, jetzt nicht mehr Okay Auch wieder Schaden Okay So, durch kriegst du mal so ein bisschen Schaden Ich vermute, gerade wenn du ein bisschen außerhalb des Einzugsgebiets bist Weil hier brennt ja überall alles Wenn das nämlich nicht irgendwo brennt, dann äh Ja Dann kriegst du halt den Schaden durch das Blitz Ich bin jetzt Loche Jetzt ich muss das Öffnen Ich kann das Ich bin jetzt Ich bin jetzt Du bist Ich bin Du bist Du bist immer noch mal ein signalfeuer oder sowas anzimpen müssten hier ist das foto ja nur kein schaden bekommen würden würde ich sagen ja wir haben noch mal ein feuer ja das ist das muss ich jetzt vorher ja genau und das ging halt nicht und das war die mission dann haben wir nämlich die ganzen fotos weg tracys reisen also hatte ich habe es so ich habe vortragspunkte halten muss quasi damit haben wir eine mission abschalten abgeschossen 1000 worte hier direkt mit der hauptmission weitermachen würde ich sagen ich bin auf dem weg ja 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 ja